Heute sind viele Hexen unterwegs, auch Vampire und andere Gestalten, Merwölfe, Dämonen und Hühner, auch ein paar Hühner. Die Frau weiß nicht, was hier gleich geschieht, diese Frau sitzt ahnungslos da. Doch der Wohn geht auf in voller, voller Braut, seht ihr spießen ihr Haar. Langsam werden die Finger immer, immer länger und der Rücken krümmt sich vor. Ich saß da einfach so an meinem Fenster und schaute in die schöne Nacht hinaus. Ach, welche Ruhe, ach, welche Friede, doch was war das Geräusch? Was war das jetzt für ein genäues Geräusch? Die ach so friedliche Nacht war plötzlich eher verunsichert. Und ich glaube, das ist jetzt der Zeitpunkt, wo ich mal die Vorhänge zumache und schlafen gehe. Sie lag im Bett und träumte süß, das dachte sie zumindest. Doch als sie aufwacht am nächsten Tag, war sie nackt und voller Blut. Ihr Mund sprach voll Blut, ist er an ihr herab. Und sie wussten nicht, was ihr geschehen war. Das war die erste Nacht. Ihre erste, erste Nacht. Ihre erste Nacht. Als... Meer... Wöl... 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 Wöl...